Hallo und willkommen zu einem neuen Projekt mit mir, dem Nico und der Steven ist auch wieder dabei. Ja, wie immer eigentlich. Und zwar Magicide, das wir uns vor zwei Minuten oder so gekauft haben und noch kein bisschen drüber wissen. Uh, Double Jump. Und da kommen schon Gegner. In dem Spiel gibt es Spermadeath, also oh Gott, wenn man tot ist, ist man tot und man kann sich im Multiplayer gegenseitig wiederbeleben und ich liege da. Ich muss ihn drücken. Ich weiß es nicht. Ja, ich bin da. Gib der Biene. Lol. Was? Naja, ich kann mich gerade kurz nicht bewegen. Oh! Ich bin schon wieder tot. Oh Mann! Wie viel Damage hat die dir gemacht? Zwei, aber ich hatte nur die Hälfte. Also ich hatte nur noch zwei HP von dir. Ich muss gerade mit der spielen, ich habe auch nur zwei. Oh, Steven, los! Ich glaube, ich mache einen Deathcounter. Das mache ich, glaube ich, wirklich. Nein, mach's nicht, dann wird das Bild immer so klein. Ey, wenn sie wieder tot! Legt sich doch nicht mit der Drecksbiene an! Ach, das ist witzig. Das wird witzig. Ich bin schon dreimal gestorben. Ein Totdruck-Drecksbiene. Boah, ich kann Items auswählen, wer hat dich tot? Bin, wiii! Kann ich mal aufhören, dich rumzuschieben. Zwei. Nice! Das gar nicht, man kann es auch nicht abbrechen. Okay. Lol. Warum lebe ich wieder? Keine Ahnung. What? Okay. Play again drücken, sagst du. Gut, nochmal. Also was habe ich jetzt dafür ein lila Trank? Wie kann ich eigentlich in mein Inventar? Äh, Tab. I. N. Shift. Ah, R. Ironite Ore und Coal hab ich. Alter, ah. Ich find's kein Mal. Ach, guck, mietisch das. Ich kill mal so ein Schweinchen. Oh, ich hab Erfahrung bekommen. Meins. Ah, oh Gott. Ich hab grad auf dich. Teilen wir Erfahrung irgendwie. Ah. Was hast du jetzt? 1 von 13. Ja, ja, 2. Ah, okay, dann teilen mal die. Das ist gut. Gut zu wissen. Jetzt hab ich die P4. Äh, ja. Wunderbar. Das ist nice. Wie viel Leben haschen du noch? Weil ich glaub, du würdest das gar nicht mehr nirgeln. Echt 5, ich hab 4. Ich hab insgesamt 7. Ah, okay, ich hab insgesamt 4. Okay. Also in der Spiel kann man auch craften. Wie voll der Tank, Alter. Ähm. Genau, in der Spiel kann man auch craften. Und, upsala. Soweit ich weiß, geht es, indem man einfach mit... Ah, da unten steht. Shift plus Click to Items to Craft. Tipp, try wood plus wood. Das probier ich mal. Jetzt hab ich wood und plank. Was ist ein try wood? Äh, nein, versuche wood plus wood. Also try wood plus wood. Ach so. Boah, ich hab einen wooden blade. Hä? Wie? Moment. Shift plus Click to Items. Ja, wenn du shift klickst, dann... Also, du nimmst 2 items. Jetzt hab ich wooden plank. Ja. Ja, und dann? Ja, ich hab jetzt noch 2 wooden planks zusammen. Und die haben jetzt einen wooden blade ergeben. Die haben auch nur wooden sticks. Das klingt nix. Wooden plank plus ein Stick. Ist ein sword hilt. Nice! Geht das? Uh. Guck mal. Was hast du gemacht? Schwert. Wie? Ähm, ich hab 2 wood-Dinger zu wooden planks gemacht. Dann 2 wooden planks zu nem... Äh, so nem blade. Blade, ja. Und dann hab ich nen wooden plank mit nem Stick gemacht. Und plank? Ja. Da hab ich jetzt gar nichts mehr von. Warte, ich kann... Kann man items droppen? Ah, liegt das jetzt da bei dir? Ja. Und nen Stick. Ja, den hab ich noch. Und dann die 2 zusammen. Aber ich... Sword hilt. Und das ist mit dem Bladen, oder was? Genau. Oh my god. Nice! Und gar nicht kompliziert, oder so. Ja, das muss man mal ein bisschen rausfinden. Viel mehr damage macht denn da jetzt. Boah, ganz doffer, stoppelt so viel. Bestund, nice. Und ich seh grad, wir haben auch Hunger und sowas. Oh Gott, das kann ja was werden. Kann man eigentlich rennen, weil da oben rechts so ne... Oh Gott. Spinne. Gib dem Viech. Bam! Bam! Junge! Was ist denn das da oben? Ist das ein Stein, oder ist das... Wir wurden echt nicht about it to break. Ich könnte die kaputt gehen. Oh, oh. Ja, das geht schrott. Steven. Oh nein! Nico, was hast du getan? Ich hab gar nichts gemacht. Ich weiß, es war ich. Ich hab halt trotzdem was. Ich wollte grad sagen, das sieht aus wie ein Bienenstock. Es hat so schön gewackelt. Oh Gott! Pass auf, wenn du E und Q drückst, gell? Wie sowas passiert dann? Tried. Oh, oh nice. Ach, dafür ist auch oben rechts die Schuhanzeige. Ja. Kann man damit ausweichen? Also... Gibt der Spinne! Nice. Was war denn das grad irgendwie hier? Wide Web. Ah. Ich dachte schon, das sind Zahnräder. Ich frag mich, wieviel es in dem Spiel gibt. Ist das überhaupt schon fertig? Ich weiß, es ist auch nein. Komm, der gibt mal jetzt. Nein, der gibt mal nicht. Okay, voll drauf! Okay, doch nicht. Warte mal, wir müssen doch irgendwie auch... Ne, Axt oder so. Ne, Spitzhacke. Mein. Ja. Hab ich mir auch grad gedacht. Warte mal, wo hab ich denn mein iPad? Oh, your stomach. Jetzt nicht alles nachschau. Jetzt komm, ich hasse das, wenn das so... Weil wenn... Dieses Craft-System... Dann ist das Zeug immer weg, wenn du was falsch baust. Wie? Ich hab was gegessen und ich hab geschissen. Steven, da legt einen Scheißhaufen von mir. Kleinen Moment. Da. Wie... Wie kann ich denn Essen kochen? Keine Ahnung. Aua. Geh... Dich... Fick den Durchschlein. Okay, Moment. Was hab ich denn da? Okay, ich werd dir nichts verraten. Okay. Du kannst, wenn du willst, kannst du gerne rätseln. Toll. Und wie komm ich mir vorher schon aus der Sinne neu gemacht? Ups. Hm. So. Dann crafte ich jetzt mal ein bisschen. Haben wir schon Strings? Voll geil. Also Spider-Rub. Wie kannst du beide eigentlich? Aha! Hä? Wenn du jetzt... Musst du das im Inventar splitten, oder? Ich splitte das immer. Okay. Guck mal, was ich gemacht hab. Mhm. Warte mal. Der brauch ich... Jetzt macht sich das, Stefan, schon wieder gleich alles. Ja, voll... Fuck! Ich hab mir grad zwölf Mal was komplett dumm gemacht. Oh, jetzt hab ich Strings gemacht. Jetzt hab ich Strings. Und ich muss ganz kurz an die Türe. Ah, scheiße. Und da sind wir wieder. Ja, Nikos Noob. Stimmt doch gar nicht. Ich wusste weg und wir sind beide verhungert, weil wir es beide nicht mitbekommen haben. Beziehungsweise ich war weg und hab's gar nicht mitbekommen. Ich bin grad wiedergekommen und hab gesehen, dass ich Damage bekommen hab. Und dann bin ich gestorben. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass ich Damage gekriegt hab. Weil der das so leise geschrien hat. Und jetzt mach mal einen neuen Charakter, weil Steven hat was freigeschalten. Und ich noch nicht auf die Drohnen klicken konnte. Was mir nicht leid tut, was ich wusste. Ja. Und Steven sucht nach neuen Stats. Ja. Beziehungsweise Trades. Hauptsächlich. Wahrscheinlich. Aber ich find vom ersten Eindruck, ist das Spiel echt witzig. Wär geiler, wenn's irgendwie noch sowas gäbe. Also, dass man nicht so hart drauf geht. So ein bisschen mehr Leben. Ja, das ist ja das an dem Spiel. Das ist scheiße schwer. Das hab ich dir davor aber auch schon gesagt. Ja, ich weiß. Aber ich find's halt trotzdem... Ich find's auch geil, weil man halt dann auch wirklich was zu verlieren hat, ja. Ja, aber... Ich find's auch geil, weil man halt auch nicht so hart drauf geht. Ja, ich find's auch geil, weil man halt auch nicht so hart drauf geht. Vielen Dank.